Heute möchte ich mit dir bei einer ganz großen Ausnahme unter den Engeln sprechen. Eine Ausnahme, die es nur zweimal gab, nämlich Ernstengel Metatron. Und was hinter dieser Ausnahme Ernstengel Metatron steckt und wie du seine Kraft und seine Energie für dich nutzen kannst, das erfährst du heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier zu Engel TV und zum Thema Ernstengel Metatron. Mein Name ist Udo Goldmann, ich bin Hellseher, Engelmedium und Engeltherapeut und dein Coach für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Ernstengel Metatrons Name bedeutet, wer ist wie Gott. Ernstengel Metatron ist der oberste Fürst aller Engel, oftmals verwechselt mit Ernstengel Michael, zu dem ich ja auch schon mal ein Video gemacht habe, da kannst du also auch nochmal nachschauen. Ernstengel Michael findest du also auch auf meinem Kanal. Aber Ernstengel Metatron ist der oberste Fürst aller Engel, er ist gleichzeitig Erzengel und gleichzeitig ein Seraphimengel. Das bedeutet, er steht ganz oben direkt neben Gott und die Seraphimengel geben das Licht Gottes an alle nachfolgenden Engel weiter, um einen Kürzelschwenker zu den Seraphim zu machen. Ernstengel Metatron kann sich aber eben auch herabschwingen auf die Ebene eines Erzengels und so für uns Menschen direkt da sein. Er taucht zum Beispiel in der Bibel auf, zwar nicht namentlich, aber er taucht auf. Er ist nämlich die Stimme Gottes. Das heißt, er hat als brennender Busch zu Moses gesprochen und er hat immer dann zu den Propheten gesprochen, wenn die Rede davon war, dass Gott zu den Menschen gesprochen hat. Wieso? Ganz einfach. Gottes Kraft ist natürlich enorm, ist natürlich immens und so stark von der Energie, dass wenn er direkt mit uns kommunizieren würde, mir an seiner Kraft und Energie unweiglich verbrennen würde. Also nutzt er ein Bindegegel. Er schickt uns Ernstengel Metatron, der uns seine Botschaften auch direkt geben kann. Ernstengel Metatron kennt jedes Seelen, kennt jeden Menschen ganz genau, ist auch unter anderem überwacht er mit anderen Engeln gemeinsam, nämlich zum Beispiel mit Ernstengel Rasiel gemeinsam, die Akasha-Chronik. Ernstengel Metatron kann deine Chakren anheben, kann ins höhere Gleichgewicht bringen, kann noch viel, viel mehr für dich erreichen. Er ist zuständig, das goldene Zeitalter zu erschaffen und noch viel, 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 viel mehr. Er ist mein Mentor, ich liebe Metatronen sehr und ich verbinde mich unendlich gerne. Hellsichtig wahrgenommen, wenn ich Metatronen sehe, geht mein Kopf hier, das geht ihm gerade bis zur großen Zehe. So eine Größe hat dieser Engel, wenn er vor einem steht. Das erfüllt einen mit so viel Liebe und Dankbarkeit, mit diesem Engel in Kontakt zu stehen. Das kannst du übrigens auch und das kann jeder Mensch und die Engel sind ja dafür da, um uns zu dienen, um uns zu helfen, um uns mit allem, was dazu gehört und was wir brauchen, zu unterstützen. Ich habe übrigens bei Ernstengel Metatronen auch noch einen spannenden Artikel geschrieben, den findest du unten im Beschreibungstext dieses Videos oder oben unter dem i, damit du auch noch mehr über diesen Engel erfahren kannst. Dieser Engel kann sehr, sehr viel für dich tun und was er alles für dich tun kann, das liest du kostenfrei auf meiner Homepage unter dem Link, den ich dir gerade empfohlen habe. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und wichtig, abonniere Engel TV, um immer über die aktuellen Themen der Engel informiert zu sein. Ich liebe es, dir über die Engel zu erzählen. Ich freue mich auf deine Kommentare unter diesem Video und wünsche dir Gottes Segen. Licht und Liebe und bis bald. Dein und euer Udo Golfmann. Tschüss. Tschüss.